Auf vielen Demos sieht man sie nebeneinander wehen. Die kurdische und die israelische Flagge. Aber warum ist das so? Sind es nur aktuelle politische Interessen, die Kurden und Israelis verbinden? Oder reichen die Gemeinsamkeiten beider Völker tiefer? Genau das erfahrt ihr in diesem Video. Ich grüße euch, hier ist wieder Konstantin. Und oft wenn ich Bekannten, die sich nicht so mit dem Nahen Osten auskenne, wenn ich denen davon erzähle, dass es auf Demonstrationen, gerade in den irakischen Teilen Kurdistans, dass man da sehr oft israelische Flaggen sieht und dass die Kurden insgesamt dort eine sehr positive Meinung allgemein von Israel haben, dann sind diese Leute oft erstaunt. Und das kann man einerseits verstehen, denn natürlich hat man so dieses bisschen Klischeebild, dass alle Leute, gerade alle Muslime im Nahen Osten, irgendwie nicht gut auf Israel zu sprechen wären. Aber das ist eben nicht so. Und in diesem Video heute möchte ich ein bisschen darauf eingehen, was so die Geschichte dahinter ist. Welche teilweise Jahrhunderte und Jahrtausende alten Verbindungen es zwischen den Kurden gerade im Irak und den Juden und den Israelis heutzutage gibt. Und wenn euch solche Themen interessieren, also gerade auch die, die Geschichte betreffen im Nahen Osten, dann schreibt es mir doch in den Kommentaren. Dann würde mich sehr freuen, wenn ihr auch neue Ideen habt, über Themen, über die ich Videos machen kann, berichtet. Und wenn euch sowas gefällt und interessiert, dann wie immer. Lasst doch ein Abo da, abonniert den Kanal und ihr kriegt immer wieder mit, wenn solche Themen hier online gestellt werden. Um die Beziehung zwischen den heutigen Kurden und dem Staat Israel so wirklich zu verstehen, muss man, glaube ich, bis ins erste Jahrtausend vor Christus zurückgehen. Nämlich bis zur Zeit des sogenannten Babylonischen Exils, auch bekannt als die Babylonische Gefangenschaft. Was ist das? Das ist ein ganz zentraler Punkt, eine ganz zentrale Epoche der frühen jüdischen Geschichte. Damals nämlich hat ein babylonischer Herrscher, Nebukadnezar, hat das Gebiet des heutigen Israels erobert und hat viele Juden deportiert, also zwangsweise umgesiedelt nach Mesopotamien, hauptsächlich nach Babylon. Und das waren nicht alle Juden, das waren nicht alle Einwohner des antiken Israels, aber es war ganz entscheidend, dass es hauptsächlich die Oberschicht war, die privilegierte Oberschicht, die Gelehrten, auch gerade die Religionsgelehrten. Und die wurden für mehrere Jahrzehnte praktisch verschleppt, von der Levante bis hin nach Mesopotamien. Und diese Epoche, die war sehr entscheidend auch für die Bildung der jüdischen Identität und viele Schriften, die wir heute als Altes Testament kennen oder Pentateuch, also die Thora und so weiter, die wurden da formuliert oder wurden zumindest stark beeinflusst. Und viele Einflüsse, die man in der jüdischen Mythologie hat, die kommen aus dieser Zeit, weil die Juden damals in Kontakt kamen mit teilweise noch sehr viel älteren Vorstellungen der Mythologie aus Mesopotamien. Also Beispiel Gilgamesch-Epos oder die Flutmythologie, die Sintflut. Das sind alles Themen, über die ich mal eigene Videos machen werde, gerade Gilgamesch. Aber hier kann man sich merken, im 6. Jahrhundert vor Christus gab es schon Juden, die in heutigen Mesopotamien lebten. Diese Epoche der babylonischen Gefangenschaft, des babylonischen Exils, die endete dann nach ein paar Jahrzehnten wieder, als Babylon selbst erobert wurde, von einer neuen nahöstlichen Großmacht, nämlich vom antiken Persien. Damals hat dann der persische Herrscher Kyros dieses Exil beendet und hat letztendlich die jüdische Oberschicht wieder zurück nach Jerusalem und zurück an die Levante gehen lassen. Und noch heute gibt es im Irak, auch gerade in den kurdischen Gebieten, Zeugnisse aus dieser Zeit. Also etwa in Kirkuk, das ist umstritten, ob das jetzt kurdisch oder tukmenisch oder arabisch ist, auch wieder ein anderes Thema, aber in Kirkuk gibt es einen Ort, der als das Grab des jüdischen Propheten Daniel bezeichnet wird. Es gibt im Nahen Osten mehrere Orte, die als Grab des Propheten Daniel bezeichnet werden, aber auf jeden Fall zeigt es, dass es schon eine sehr, sehr alte Beziehung zwischen Gebieten gibt, wo die Kurden heute leben, und dem jüdischen Volk und der jüdischen Überlieferung. Auch sehr interessant ist es dann, wenn man ins erste Jahrhundert nach Christus schaut. Da gab es im Gebiet, so um das heutige Erbil herum, gab es ein Königreich namens Adiabene. Adiabene, das hatte auch das heutige Erbil als Hauptstadt. Und im ersten Jahrhundert nach Christus, da regierte da eine Königin, die als Helena von Adiabene in die Geschichte einging, und die ist zum Judentum konvertiert. Die ist zum Judentum übergetreten, sie und ihre beiden Söhne. Und so hatte man eben die Situation, dass in Erbil ein jüdisches Königshaus geherrscht hat. Und diese Helena von Adiabene, die hat auch in der jüdischen Überlieferung und in der jüdischen Geschichte gar keine so kleine Rolle gespielt. Die ist nämlich nach Jerusalem gegangen, hat da Paläste für sich und ihre Söhne bauen lassen und hat das jüdische Volk im Kampf gegen die Römer unterstützt und hat auch durch Geschenke und Geldspenden dazu beigetragen, dass der berühmte jüdische Tempel errichtet werden konnte. Den Sarkophag von dieser Königin kann man übrigens heute noch sehen. Der wurde, ich glaube, im 19. Jahrhundert ausgegraben. Man hat ihn gefunden und den sieht man heute im Israel-Museum in Israel. Im Mittelalter sind viele Juden aus der Levante, aus dem Gebiet des heutigen Israels und Palästinas, geflohen. Denn, wie ihr vielleicht wisst, kamen damals die christlichen Kreuzritter aus Europa und die waren alles andere auf gut zu sprechen, auf die jüdische Bevölkerung und aus Angst vor Massakern, die dann auch ja tatsächlich eingetreten sind, sind viele Juden auch geflohen, auch ins Gebiet des heutigen Kurdistans. Und ein paar Jahrhunderte später, da weiß man auf jeden Fall, dass es durchaus ein reges jüdisches Leben in Kurdistan gab. Also ich habe ja schon mal ein eigenes Video gemacht über die erste Frau, die mehr oder weniger Rabbi wurde. Die erste Jüdin, die einen rabbinischen Titel getragen hat, die hieß Asenad Barzani und die zeigt, dass es durchaus dort eine jüdische Community gab, jüdische Gelehrsamkeit, Schriftgelehrte, Talmudschulen und so weiter. Und Ende des 16. Jahrhunderts, also so 1590 rum, da gab es dann wahrscheinlich so die erste moderne Umsiedelbewegung. Also es gab jüdische Gelehrte, die aus dem heutigen Kurdistan ins heutige Israel gezogen sind. Die haben da eine eigene Kommune aufgebaut im heutigen Safet. Das ist eine sehr kleine Stadt im heutigen Israel. Und jüdisches Leben in Mesopotamien und gerade auch in Kurdistan, das ging so weiter über Jahrhunderte. Und wir schauen jetzt mal ein bisschen weiter, nämlich schon ins 20. Jahrhundert. In die Zeit, als das heutige Israel und Palästina, als die unter Kontrolle der Briten waren. Das sogenannte britische Mandatsgebiet. Das ist ein bisschen eine längere Geschichte. Die Levante war ja natürlich lange Zeit Teil des Osmanischen Reiches. Als das dann aufgelöst wurde, hat der Völkerbund, also so im Prinzip der Vorgänger der Vereinten Nationen, hat Großbritannien dieses Gebiet zugesprochen, dass sie es verwalten sollen. Aus dem sollten dann später Israel und Palästina entstehen. Es kam dann ein bisschen anders. Aber auf jeden Fall in den 30ern und 40ern herrschten die Briten im heutigen Jerusalem und Palästina. Und damals gab es dann auch schon Bestrebungen von jüdischen Untergrundgruppen, dass sie gegen die Briten kämpften, damit sie einen eigenen jüdischen Staat bekommen. Und der spätere Chef des Mossads, also des israelischen Auslandsgeheimdienstes, Ruven Shiloah, der ist in den 30ern inkognito, also unter einer falschen Identität, nach Kurdistan gereist, um dort Kontakte zu knüpfen. Also er hat sich als Journalist und als Hebräischlehrer ausgegeben und wollte da dann schon mal Kontakte mit anderen nicht-arabischen Populationen im Nahen Osten schließen, für den Fall, dass es später mal ein jüdisches Land geben wird, einen jüdischen Staat Israel. Und in dieser Bewegung von jüdischen Untergrundgruppen, die zum Teil auch terroristisch agiert haben, also mit Anschlägen und so weiter gegen die Briten gekämpft haben, da gab es auch durchaus prominente jüdische Kurden oder kurdische Juden, die aus Mesopotamien übergesiedelt sind. Unter anderem ein ganz berühmter Mann, der mit 20 Jahren gestorben ist und sein Name war Mosche Barasani. Oder Mosche Barasani, es gibt da verschiedene Schreibweisen. Er hat sich eben dieser Untergrund, dieser bewaffneten Untergrundbewegung angeschlossen und wurde letztendlich zum Tode verurteilt. Und das ist so in Israel eine ganz berühmte Geschichte. Er und ein anderer Gefangener haben es geschafft, ich glaube in einer Orange eine Granate ins Gefängnis zu schmuggeln und haben kurz bevor sie hingerichtet werden sollten, sich selbst in die Luft gesprengt. Und heute wird seiner in Israel ganz groß gedacht. Also Mosche Barasani, wichtige Persönlichkeit in der Unabhängigkeitsbewegung in Israel, als es noch unter der Kontrolle der Briten stand. Nachdem dann Israel ein unabhängiger Staat wurde, Da gab es zwei Bewegungen. Das eine war die sogenannte Nakba, so nennen es die Palästinenser und so wird es in der arabischen Welt oft genannt, die Katastrophe, nämlich die Vertreibung von hunderttausenden Arabern aus dem Gebiet des heutigen Israels. Die wurden aus dem Land rausgeworfen und im Gegenzug, oder nicht im Gegenzug, also es war jetzt kein das eine rechtfertigt, nicht das andere und so weiter, aber gleichzeitig wurden auch hunderttausende Juden aus den arabischen Ländern vertrieben und praktisch nach Israel geschickt. Und das traf auch die jüdische Gemeinde, die jüdische Gemeinschaft in Mesopotamien, im heutigen Irak. Und hunderttausende Juden wanderten dann praktisch aus nach Israel. Also es kam dann fast zum Erliegen einer fast zweieinhalbtausendjährigen jüdischen Geschichte in Mesopotamien, weil die Juden schlichtweg vertrieben wurden. Und hunderttausende siedelten sich dann in Israel an. Und das ist auch der Grund, warum es heute in Israel zwischen 200.000 und 300.000 Juden kurdischer Herkunft kommt. Und die feiern natürlich auch ihre Herkunft und ihre Traditionen. Es gibt in Israel Festivals, wo diese jüdisch-kurdische Tradition zelebriert wird offen. Und das ist auch einer der Gründe, warum es zu Ergebnissen kommt, wie bei einer Studie aus den frühen 2000ern von der Hebrew University. Die haben so die genetische Zusammensetzung von verschiedenen Ethnien studiert und kamen Anfang der 2000er zum Ergebnis, dass es nahe liegt, dass die Kurden wahrscheinlich die Ethnie sind, die am meisten genetischen Gemeinsamkeiten mit den Juden in Israel hat. Also hier möchte ich auch sagen, vorsichtig, nicht irgendwie Genetik mit Ethnie gleichsetzen oder mit ethnischer Identität. Das ist Blödsinn, das ist so Blut- und Bodendenken. Aber es ist doch ein ganz interessanter Fakt, dass die Hebrew University zu diesem Ergebnis kam, dass es nahe liegt, dass Kurden und Juden sehr nahe zumindest abstammungstechnisch miteinander verwandt sind. Und als es nun den Staat Israel gab, da musste sich dieser Staat eben umschauen, wie er überleben möchte in einer Region, die hauptsächlich von oder fast nur von arabischen Ländern regiert wurden und die dem israelischen Staat eigentlich durchweg feindlich gesinnt waren. Und so kam es zu so einer Strategie, dass die Israelis versucht haben, nicht-arabische Ethnien und Populationen im Nahen Osten mit ihnen Kontakt herzustellen und zu versuchen, mit ihnen mehr oder weniger Bündnisse einzugehen. Und so war es eben auch mit den Kurden im Irak. Und bei der ersten Basani-Revolte, hauptsächlich in den 60ern, da war es dann so, dass die Israelis zusammen mit dem Iran, die Iraner sind ja auch keine Araber, sondern hauptsächlich Perser und andere Ethnien, aber auf jeden Fall nicht hauptsächlich arabisch, dass Israel zusammen mit dem Iran die Kurden unterstützt haben, in ihrem Kampf, in ihrem Selbstständigkeitskampf gegen Bagdad. Und es gab Militärtrainings, die Peschmerga wurden von israelischen Militärexperten ausgebildet, es wurden Waffen aus Israel geliefert zu den Peschmerga, es wurde Munition geliefert und so weiter. Und sowohl Israel als auch der Iran, der damals ja noch vom Schah regiert wurde und nicht vom islamistischen Mullah-Regime, die hatten beide eben so das Ziel, dass man die Kurden stärkt, auf seine Seite zieht, damit sie gegen den gemeinsamen Gegner, die Regierung in Bagdad kämpfen könnte. Und so ging das auch weiter bis 1975. Da war dann so auch ein entscheidender Punkt für die Kurden im Irak, da gab es nämlich das sogenannte Abkommen von Algier und damals ist auch der Iran ausgetreten aus dieser Unterstützungsachse und die Israelis waren darüber nicht sehr erfreut und haben unter anderem gemeint, der Iran habe jetzt die Kurden fallen gelassen, hätte die Kurden verraten. Die Israelis haben trotzdem weitergemacht und haben die Kurden im Irak gegen Bagdad, später gegen das Regime von Saddam Hussein unterstützt. Und so ging das dann auch weiter und natürlich auch weiter, als dann die Amerikaner Saddam Hussein gestürzt haben, als sie einmarschiert sind und auch mit Hilfe der kurdischen Peschmerga die irakische Armee besiegt haben. Damals und in der Zeit danach, das gab es einen BBC-Bericht, glaube ich mal darüber, haben auch israelische Militärexperten die Peschmerga trainiert und so weiter. Also da haben wir eine jahrzehntelange Geschichte, dass der Staat Israel die Kurden im Irak militärisch und auch politisch unterstützt hat. Und so erklärt sich auch, dass der Außenminister der kurdischen Autonomie-Region, Fala Mustafa Bakir, 2010 gesagt hat, wir haben keine Probleme mit Israel. Sie haben uns nichts getan und wir können sie doch nicht nur deswegen hassen, weil die Araber sie hassen. Und ein weiterer Punkt, warum diese Beziehung dann auch so wichtig war, wahrscheinlich für beide Seiten, war das Erdöl, das von den Kurden gefördert wurde. Das ist auch wieder eine Geschichte, mit wem gehört Kirkuk und so weiter, wer hat die Kontrolle über die Erdölfelder in Kirkuk. Die Kurden im Irak haben jahrelang Erdöl gefördert und haben es zum Teil verkauft, ohne die Genehmigung der Zentralregierung in Bagdad. Auch ein riesengroßer Streitfall, weil Bagdad natürlich möchte, dass kein Erdöl aus dem heutigen Staat Irak verkauft wird, ohne dass die Regierung des Irak da ihr Okay gibt. Die Kurden sagen wiederum, die Regierung gibt nicht genug Geld dafür, für das Öl, das eigentlich auf dem Gebiet der kurdischen Autonomie-Region gefördert wird und so weiter. Also großer Erdölstreit, immer wenn es um Geld geht, gibt es durchaus Konflikte. Und Israel war einer der Hauptkunden für das kurdisch geförderte Erdöl und hat sich damit auch, sag ich mal, auf Konfrontationsschiene mit der Regierung in Bagdad begeben, die natürlich nicht glücklich darüber war. Aber ich glaube, 2017 noch waren Israelis, die fast für die Hälfte des von den Kurden verkauften Erdöls zuständig. Also die Hälfte der kurdischen Erdöleinnahmen kamen aus Israel. Und als es dann 2017 in der kurdischen Autonomie-Region ein Unabhängigkeitsreferendum gab, das muss man sich nochmal in Erinnerung rufen, es gab keine Unabhängigkeitserklärung. Die Kurden haben sich nicht für unabhängig erklärt, aber es gab ein Referendum, das auch teilweise boykottiert wurde, das ist nochmal ein Thema für sich, aber das mit überwältigender Mehrheit gezeigt hat, dass die Kurden im Norden des Irak einen unabhängigen Staat möchten. Und damals hat kein Land der Welt sie unterstützt, außer Israel. Israel hat sich offen auf ihre Seite gestellt und hat gesagt, ja, wir möchten, dass es ein unabhängiges Kurdistan gibt, was natürlich zu tun hat auch mit geopolitischen Überlegungen. Also dass man natürlich einen Israel wohlgesonnenen Staat haben möchte, an einer strategisch wichtigen Stelle, also gerade an so einer Grenze zwischen Irak, Syrien, Iran und der Türkei, das ist natürlich auch wichtig für die israelische Außenpolitik, dass man sowas hat. Und deswegen war es auch einigermaßen deutlich, dass die diese Bestrebungen unterstützt haben. Darüber hinaus kann man sagen, noch auf so einer emotionalen Ebene, dass es durchaus Kontaktpunkte gibt. Also natürlich, weil es hunderttausende jüdische Kurden oder kurdische Juden in Israel gibt, die Israelis sind, aber auch so ein bisschen so dieses Bewusstsein, man ist eine kleine, vergleichsweise kleine Minderheit in einem Nahen Osten, der hauptsächlich von Arabern bewohnt wird und wird von allen Seiten angefeindet. Und man hat selber sehr viel Erfahrung mit Verfolgung und Unterdrückung gemacht, bis hin zum Völkermord. Und dass man eben ein kleiner Staat ist oder ein kleines Volk ohne Staat ist noch, dass es dann irgendwann geschafft hat, einen Staat zu gründen, wie es bei den Israelis der Fall war. Und diese Gemeinsamkeiten, die spielen, glaube ich, auch eine ganz große Rolle bei dieser Wahrnehmung, dass die Kurden sich sehr nah an Israel fühlen. Das verbunden natürlich mit diesen geostrategischen Überlegungen und dieser geostrategischen Nähe auch, dass es für beide eben vorteilhaft wäre, Bündnisse zu haben, das erklärt, glaube ich, zusammengefasst, warum es diese Nähe gibt zwischen Kurden und zwischen den Israelis und warum man auch auf vielen kurdischen Demos, gerade auch in Erbil oder in Sulamanya und sowas, warum man da oft israelische Flaggen sieht. So, das war jetzt eine kurze Geschichte, ein kurzer Ritt durch die Geschichte über zweieinhalbtausend Jahre kurdisch-jüdischer, kurdisch-israelischer Beziehungen. Ich muss jetzt dazu sagen, das ist jetzt der Schwerpunkt gewesen auf die irakischen Kurden, weil eben da die Geschichte so lange zurückgeht und einigermaßen auch gut überliefert ist. Es gibt aber natürlich auch schwierigere Kapitel. Die möchte ich mal auch in einem eigenen Video behandeln, wenn es euch interessiert, nämlich zum Beispiel das Verhältnis von Israel zur PKK und den PKK-nahen Organisationen wie der PYD und so weiter. Denn das ist auch von sehr viel Ambivalenz getragen, sage ich mal. Es gab Konflikte zwischen der PKK und Israel, es gab Gefechte, es gab auch Fälle, wo in Deutschland PKK-Anhänger versucht haben, vor der israelischen Botschaft zu demonstrieren und in die Botschaft zu kommen. Die israelischen Sicherheitsleute haben Waffen eingesetzt und haben in Deutschland vier PKK-Anhänger erschossen. Also das ist alles ein Thema für ein anderes Mal. Wenn es euch interessiert, würde mich sehr freuen, darüber ein Video zu machen. Insgesamt kann ich sagen, ich hoffe, ihr habt wieder was aus diesem Video gelernt, aus dieser kleinen Übersicht und es würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Lasst gerne ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao!